Hallo! Bist du auf der Suche nach einem Beruf mit Zukunft, bei dem du dich mit moderner Technik und anspruchsvollen Anlagen wie sowas, sowas oder sowas hier beschäftigen kannst? Als AnlagenmechanikerInnen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei der ROM-Technik sorgst du dafür, dass zum Beispiel hier oder hier niemandem zu kalt oder zu warm wird und bist allgemein dafür zuständig, Gebäude mit Anlagen und Systemen auszustatten, die sie in Sachen Wasser, Wärme und Strom energieeffizienter und nachhaltiger machen. So, und damit du AnlagenmechanikerIn werden kannst, kommt hier ein kleines Quiz. Was ist das meistverkaufte Handwerkzeug der Welt? Kleiner Scherz, das musst du für die Ausbildung natürlich nicht wissen. Aber du solltest dich auf jeden Fall für moderne Anlagen begeistern. Was du außerdem sonst noch mitbringen solltest, sind handwerkliches Geschick, logisches Denken, Offenheit für neue Herausforderungen, jede Menge Teamgeist, gute Noten in Mathe und Physik, egal welchen Schulabschluss du dabei hast und die Bereitschaft, verschiedene Aufgaben an unterschiedlichen Orten zu übernehmen. Die ROM-Technik ist bundesweit vertreten und hat KundInnen in ganz Deutschland. In der Ausbildung zum, zur AnlagenmechanikerIn lernst du, dass das meistverkaufte Werkzeug der Welt ein Schraubendreher ist. Okay, sorry, das war natürlich die Antwort vom Quiz und spielt keine Rolle. Dafür lernst du zum Beispiel, wie du Einzelteile zu fertigen Anlagen zusammenfügen kannst, bauliche Gegebenheiten und gültige technische Regeln einhältst, für eine reibungslose Inbetriebnahme und Instandhaltung der Anlagen sorgst und wie du KundInnen fachmännisch berätst. Zudem beschäftigst du dich mit Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und der Zukunft unseres Planeten. Die ROM-Technik gehört zur Zech-Gruppe, die innovative Lösungen erarbeitet und das seit mehr als 150 Jahren. Also so lange, wie es auch schon Weißwürste gibt. Das nur für alle, die Weißwürste begeistern. Was aber wirklich alle begeistern dürfte? Bei der ROM-Technik bekommen alle Azubis ihre eigene Arbeitskleidung, ihr eigenes Handy und ihr eigenes Werkzeug. Wenn du dich für Technik begeisterst und einen Beruf mit Zukunft suchst, dann mach am besten gleich deine Bewerbung klar. Wir freuen uns auf dich.